Das Leben ist nicht verloren. Oma, wie verliert man sein Leben? Das Leben geht auf so viele Arten verloren, meine Liebe. Wir verlieren es, wenn wir das der anderen leben wollen und nicht unser eigenes. Wir verlieren es, wenn wir die Fehler anderer kritisieren, ohne unsere eigenen zu sehen. Wir verlieren es, wenn wir uns ständig darüber beschweren, dass wir versagt haben, ohne nach einer Lösung zu suchen, um es zu beheben. Wir verlieren es, wenn wir es damit verbringen, andere zu beneiden, ohne zu versuchen, uns selbst zu verbessern. Wir verlieren es, wenn wir uns nur auf die negativen Dinge konzentrieren und aufhören, die schönen Dinge zu genießen. Das Leben ist nicht verloren, wenn du aufhörst zu atmen, aber wenn du aufhörst, glücklich zu sein. Danke. Danke. Vielen Dank.